Nachdenkseiten. Die kritische Website. Dammbruch. Einige Medien wissen es genau. Die Russen waren's. Ein Artikel von Albrecht Müller. Wir wissen nicht oder noch nicht, wer verantwortlich ist für das Brechen des Kachowka-Staudammes. Ukraine und Russland streiten sich über die Verantwortung. Auch im Sicherheitsrat der UN. Aber einige wissen es schon genau. Und wie in solchen Fällen üblich beruft man sich gerne auf sogenannte Experten. Auf vier Beispiele möchte ich hinweisen, weil daran gut sichtbar wird, wie Agitation auch ohne Basis betrieben wird. Die Tagesschau mit ihren schriftlichen Meldungen von gestern. Die ARD mit einem Brennpunkt. Die Tagesschau mit ihren Meldungen am gestrigen Tag, beginnend am frühen Morgen. Im Schrifttext ist an dieser Stelle der gesamte Live-Blog der Tagesschau verlinkt. Und ich picke ein paar Beispiele von vielen Meldungen dieser Art heraus. 6. Juni 2023, 6.47 Uhr. Ukraine. Russland sprengt Staudamm in Kherson. Der Kachowka-Staudamm in den russisch kontrollierten Teil der ukrainischen Region Kherson ist nach Angaben des ukrainischen Militärs von russischen Streitkräften gesprengt worden. Zitat, das Ausmaß der Zerstörung, die Geschwindigkeit und die Menge des Wassers sowie die wahrscheinlichen Überschwemmungsgebiete werden derzeit geklärt. Zitat Ende, schreibt das Kommando Süd auf seiner Facebook-Seite. Zuvor hatte der Bürgermeister der Stadt Nowakachowka in der von Moskau besetzten Region Kherson den Berichten widersprochen. Die russische Agentur TASS meldete, dass der Damm zusammengebrochen sei und die umliegenden Gebiete überflutet wurden. Der Bürgermeister der Stadt Nowakachowka in der von Moskau besetzten südukrainischen Region Kherson widerspricht laut den staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Berichten über eine Sprengung des Kachowka-Staudammes. In russischen und ukrainischen Sozialmedien kursierten zuvor zahlreiche Beiträge, wonach der Damm zerstört worden sei. Die Berichte konnten nicht sofort unabhängig überprüft werden. 6. Juni 2023, 7.36 Uhr. Zelensky macht Russland für den Angriff verantwortlich. Der ukrainische Präsident Zelensky hat Russland für die Zerstörung des Kachowka-Staudammes verantwortlich gemacht. Auf Twitter sprach er von russischen Terroristen, die jeden Meter für ihren Terror nutzten. Diese würden nicht in der Lage sein, die Ukraine mit Wasser, Raketen oder sonst was aufzuhalten. Andrei Jermak, der Berater des ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky, bezeichnet die Zerstörung des Kachowka-Staudammes als Ökozid und macht dafür Russland verantwortlich. Die ukrainischen Behörden arbeiten daran, die Sicherheit der Anwohnerinnen und Anwohner zu gewährleisten. Das Vorgehen Russlands sei auch eine Bedrohung für das nahegelegene Kernkraftwerk Saporizhia, schreibt Jermak auf Telegram, geht aber nicht näher darauf ein. 6. Juni 2023, 7.11 Uhr. Zelensky hält Dringlichkeitssitzung ab. Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky wird wegen der Explosion des Staudammes in Nowakowka in der Südukraine eine Dringlichkeitssitzung abhalten. Das teilte Oleksij Danilov, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, auf Twitter mit. 6. Juni 2023, 7.09 Uhr. Ukraine. Evakuierung hat begonnen. Laut des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Kherson, Alexander Prokudin, hat die Evakuierung in der Gegend rund um den zerstörten Kachowka-Staudamm begonnen. Das Wasser werde demnach binnen fünf Stunden einen kritischen Stand erreichen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur TAST zitierte die Rettungsdienste mit der Aussage, dass rund 80 Siedlungen in dem Gebiet von der Zerstörung des Kachowka-Dammes betroffen sein könnten. 6. Juni 2023, 10.20 Uhr. Tschechischer Außenminister, Zerstörungen vergleichbar mit Massenvernichtungswaffen. Nach der Sprengung des Kachowka-Staudammes im Süden der Ukraine hat Tschechien Russland dafür verantwortlich gemacht. Außenminister Jan Lipawski warf der Führung in Moskau vor, die Grenzen ihrer Aggression immer weiter zu verschieben. Der Angriff auf den Staudamm von Nowakowka oberhalb der bewohnten Gebieten ist vergleichbar mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen gegen Zivilisten, schrieb er auf Twitter. Solch ein brutales Vorgehen müsse bestraft werden. 6. Juni 2023, 10.17 Uhr. Kiew sieht Motiv für Dammzerstörung bei Russland. Die Ukraine hat nach der Zerstörung des Kachowka-Staudammes Russland ein klares Motiv zugeschrieben. Moskau habe offensichtlich das Ziel, unüberwindbare Hindernisse für die geplante ukrainische Großoffensive zu schaffen, schrieb Präsidentenberater Michalko Podolyak im Kurznachrichtendienst Twitter. Dies sei der Versuch, das Ende des Krieges hinaus zu zögern und ein vorsätzliches Verbrechen. Russland müsse international als Terrorstaat eingestuft werden. Auf einem riesigen Territorium wird alles Leben zerstört, schrieb Podolyak. Und weiter, viele Ortschaften werden zerstört. Der Umwelt wird enormer Schaden zugefügt. Im Fernsehen fügte er hinzu, dass Russland mit dem Anschlag im umkämpften Gebiet Kherson die Initiative im Krieg wieder an sich reißen und die europäischen Staaten einschüchtern wolle. Das Gebiet ist zum größten Teil von russischen Truppen besetzt. Sie kontrollieren auch das Kraftwerk und damit den Füllstand im Stausee. Die Gebietshauptstadt Kherson ist unter ukrainischer Kontrolle. Umgesetzt habe die Sprengung des Wasserkraftwerkes nach ersten Erkenntnissen die 205. motorisierte Schützeneinheit der russischen Armee, sagte Podolyak. Der Berater vom Präsident Wladimir Selinsky fordert deshalb mehr Tempo bei den westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine. Jeder müsse verstehen, dass es für Moskau keine roten Linien gebe. EU-Ratspräsident macht Russland für den zerstörten Staudamm verantwortlich. EU-Ratspräsident Charles Michel hat die offenbar absichtliche Zerstörung eines Staudammes im Süden der Ukraine verurteilt. Er sei schockiert über den beispiellosen Angriff auf den Novakhovka-Staudamm, schrieb Michel am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Zerstörung ziviler Infrastruktur gilt klar als Kriegsverbrechen. Und wir werden Russland und seine Stellvertreter zur Verantwortung ziehen, schrieb Michel. Der Ratspräsident will den Vorfall demnach Ende Juni beim nächsten EU-Gipfel in Brüssel zur Sprache bringen. Es müsse Hilfen für die überfluteten Gebiete in der ukrainischen Region Kherson im Süden des Landes geben, betonte Michel. Seine Gedanken seien bei den Familien in der Ukraine, die von dieser Katastrophe betroffen sind. 6. Juni 2023, 9.45 Uhr. TASS. Staudamm auf Hälfte seiner Länge zerstört. Der Khachovka-Staudamm ist der russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge auf die Hälfte seiner Länge zerstört. Das Bauwerk stürzte weiter ein, meldete die staatliche Agentur unter Berufung auf Rettungsdienste. Der Wasserstand in Nowakachovka sei örtlichen Behörden zufolge um mehr als 10 Meter angestiegen. Zudem meldete die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf örtliche Behörden, dass die Evakuierungen in der weiteren Umgebung begonnen haben. 6. Juni 2023, 10.51 Uhr. Selenskyj vermutet Sprengung von innen. Der ukrainische Präsident Selenskyj geht davon aus, dass russische Kräfte das Wasserkraftwerk in der Nacht aus dem Inneren der Anlage gesprengt haben. Zitat Heute Nacht um 2.50 Uhr haben russische Terroristen die Strukturen des Wasserkraftwerkes Kasovskaya von innen gesprengt. Etwa 80 Siedlungen befinden sich in den Überschwemmungszonen, sagte er auf Telegram. 6. Juni 2023, 10.55 Uhr. NATO-Chef Stoltenberg. Eine ungeheuerliche Tat. Die Zerstörung des Khachovka-Staudammes zeigt nach den Worten von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die Brutalität des von Russland geführten Krieges in der Ukraine. Zitat Die heutige Zerstörung des Khachovka-Staudammes gefährdet tausende Zivilisten und verursacht schwere Umweltschäden, erklärte Stoltenberg auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Das ist eine ungeheuerliche Tat, die einmal mehr die Brutalität des russischen Krieges in der Ukraine zeigt. Zitat Ende 6. Juni 2023, 11.35 Uhr. Scholz sieht in Angriff neue Dimensionen des Ukraine-Krieges. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht in der teilweise Zerstörung des Khachovka-Staudammes in der ukrainischen Region Kherson eine neue Dimension des Ukraine-Krieges. Die Beschädigung des Dammes sei etwas, Zitat, das zu der Art und Weise passt, wie Putin diesen Krieg führt, sagte Scholz beim Europaforum, das WDR in Berlin. Es sei eine Entwicklung, die wir mit Sorgfalt und mit Sorge beobachten. 6. Juni 2023, 12.19 Uhr. Ukraine wirft Russland vor UN-Gericht Terrorismus vor. Die Ukraine hat Russland vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen wegen der Zerstörung des Novak-Kochovka-Staudammes Staatsterrorismus vorgeworfen. Der ukrainische Sonderbotschafter Anton Korinjevic sprach vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag von einem gezielten Anschlag, der die Sicherheit der Bevölkerung bedrohe und zu schweren Umweltschäden führen könne. Russlands Taten seien die eines terroristischen Staates. Vor dem UN-Gericht in den Niederlanden begann heute die Verhandlung über eine Klage der Ukraine gegen die russische Aggression seit 2014. Kiew hat die Klage bereits 2017 eingereicht, also lange vor dem Überfall im Februar vergangenen Jahres. Korinjevic warf dem Nachbarland eine systematische Kampagne gegen die Ukraine, deren Bevölkerung und deren Kultur vor. 6. Juni 2023, 11.41 Uhr. Litauischer Präsident nennt Zerstörung Kriegsverbrechen. Der litauische Präsident Gitanjas Nauseda macht Russland für die Zerstörung des Kachowka-Staudammes verantwortlich. Wir sind heute Zeugen eines beispiellosen russischen Angriffes auf die zivile Infrastruktur der Ukraine, twitterte Nauseda. Die Zerstörung eines großen Staudammes ist ein Kriegsverbrechen, das Tausende von Menschen direkt bedroht. Russland muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden, sagt er. Und die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, um sicher zu bleiben. Russland und die Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld an der Zerstörung des Staudammes. 6. Juni 2023, 12.42 Uhr. Ukrainisches Militär will sich nicht bremsen lassen. Durch die Zerstörung des Kachowka-Staudammes wollen sich die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben nicht von der Rückeroberung russisch besetzter Gebiete abhalten lassen. Die Ukraine verfüge über alle notwendigen Boote und Pontonbrücken, um Wasserhindernisse zu überwinden, hieß es in einer Mitteilung der Abteilung für strategische Kommunikation. Die russischen Besatzer hätten den Staudamm im Süden der Ukraine aus Angst vor der ukrainischen Armee gesprengt, schrieb das Militär auf Telegram. Die russischen Truppen könnten den professionell ausgebildeten und mit neuesten Waffen ausgestatteten Ukrainern nicht standhalten, hieß es weiter. 6. Juni 2023, 12.54 Uhr. Baltikum verurteilt Zerstörung ukrainischen Staudammes. Die Präsidenten der drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben Russland für die Zerstörung eines wichtigen Staudammes im Süden der Ukraine verantwortlich gemacht. Der russische Terrorismus hat gerade ein neues Ausmaß erreicht, twitterte der lettische Staatschef Egils Levits. 6. Juni 2023, 13.01 Uhr. EU verurteilt barbarische Aggression. Die Europäische Union verurteilt die Zerstörung des Kachowka-Staudammes. Dies sei ein weiteres Beispiel für die barbarische Aggression Russlands gegen die Ukraine, sagte der Sprecher der EU-Kommission, Peter Starnow, vor der Presse in Brüssel. Dies ist ein neues Zeichen der Eskalation, das die schreckliche und barbarische Natur der russischen Aggression gegen die Ukraine auf ein beispielloses Ausmaß bringt. Zitat Ende. 2. Der Brennpunkt der ARD vom 6. Juni 2023 um 20.15 Uhr. Die gesamte Sendung ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Das Stück war insgesamt äußerst tendenziös, ganz besonders die letzten vier Minuten mit dem sogenannten Experten Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz. Im Brennpunkt ab Minute 10.23. Oder im Schrifttext hier als eigenes Video des Interviews verlinkt. Davor gab es auch noch ein Gespräch mit dem sogenannten Experten Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Es ist immer die gleiche Auswahl von vor allem der Public Relations dienenden Sonderorganisationen und den dort wirkenden Experten. Man braucht sie, um bestimmte Meinungen zu verbreiten. Wer von den Zuschauern bei ARD, ZDF und so weiter weiß schon, was und wer hinter der Münchner Sicherheitskonferenz oder der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik steckt. 3. Die Taz vom 6. Juni 2023 um 18.50 Uhr. Der Kommentar von Dominic Johnson ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Er trägt die Überschrift Dieses unglaubliche Stück wird treffend kommentiert von einem Leser der Nachdenkseiten, Michael Bestek aus Rostock. Er schrieb heute früh an die Taz Sehr geehrter Herr Johnson, in dem Betreff genannten Artikel schreiben Sie, dass Bundeskanzler Olaf Scholz und andere internationale Politiker dies sofort als neue Dimension des Krieges brandmarken, lässt auf gesicherte Erkenntnisse über den Hergang schließen. Es ist demnach ein Akt des Staatsterrorismus, für den ein Befehl erteilt worden sein muss. Aus dieser unbelegten Vermutung, sein muss, folgern sie weiter, Zitat, Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen und das Putin-Regime muss verschwinden. Es gibt keinen Weg zurück, Zitat Ende. Dies ist eine harte Konsequenz aus einer Vermutung. Ein Muss folgt aus einem Sein-Muss. Sicher ist Ihnen der weltberühmte Redebeitrag des damaligen US-Außenministers in Erinnerung, der irgendein Glasröhrchen schwenkte und damit kriegsbegründend bewies, dass der Irak Chemiewaffen besaß. Und das berüchtigte, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen, kennen Sie, wie vermutlich zahlreiche ähnliche Beispiele wohl auch. Sie als lang gedienter Taz-Journalist haben mich mit dieser unlogischen, nicht abwägenden und schon gar nicht investigativen Plattheit sehr enttäuscht. Man kann sie jetzt wohl als Taz-Soldat bezeichnen. Nein, das muss man sogar. Schade. Mit freundlichen Grüßen, Michael Bestek. Viertens. Die Rhein-Pfalz auf der Basis von dpa. Zum Abschluss noch einen Blick in meine Regionalzeitung. Im konkreten Fall deshalb, weil die gesamte Meldung, wie auch der damit verbundene Kommentar, auf dpa-Meldungen basieren. Die Schlagzeile auf der Frontseite lautet Neue Dimension des Krieges. Der Vorspann lautet Nicht nur Kiew ist überzeugt, dass der Bruch des Kachowka-Staudammes im Süden der Ukraine auf das Konto Russlands geht. Angesichts einer drohenden Katastrophe ist von Kriegsverbrechen die Rede. Und der daneben stehende Kommentar beginnt so Die Spirale des Wahnsinns von Ralf Joas Es spricht einiges dafür, dass Russland hinter der Sprengung des Staudammes steckt. Und so geht es immer weiter. Hier wird insgesamt Meinung gemacht, ohne dass Fakten auf dem Tisch sind. Es kann so sein, wie in allen zitierten Medien beschrieben. Es kann auch ganz anders sein. Jedenfalls sehen Informationen und eine informierte Gesellschaft ganz anders aus, als wir es hier bei uns erleben. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit.